Läufst du? Moin Leute! Heiligabend. Wir gehen mal die Weihnachts-Mader füttern. Da, es gibt Wurst, Spaghetti, Fleisch, Käse, alles. Super. Hier gehen Sie mal füttern. Heute gibt es eine große Portion. Weil Heiligabend ist. Wir gehen mal gucken. Es ist warm heute. 11 Grad glaube ich jetzt noch. Also nicht kalt. Ja, kommen wir doch schon näher. So. Gucken wir mal. Da ist die Kamera. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier ohne Unfall hinkriegen. Da soll es hin. Ja. War ein bisschen schwierig. Aber da liegt es jetzt. Weil ich muss hier Kamera und Lampe haben sehr empfindliche Drücker. Also da liegen die Spaghetti. Seht ihr. Gucken wir mal was passiert. Ich ruf mal. Marder. Kommt Marder. Alles ist fertig. Ihr könnt essen. Weihnachtsessen ist fertig. Kommt kommt. Kommt Marder. Kommt schnell. So. Morgen sehen wir was los war. Tschüss. Ja, ich bin verrückt. Alles gut. Aber es gibt schlimmere Verrücktheiten. Es gibt vor allem Dinge tödlichere Verrücktheiten. Und die laufen hier derzeit in der Politik ab. Deswegen freue ich mich darüber. Tschüss. Bis morgen. Ja. Kamera und Licht. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.